Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Na ja, Sie sind selbst Koch, da ist man kritischer. Um ehrlich zu sein, ich bin Konditor. Ich hatte eine eigene Konditorei. Ach, dann sind Sie der, den man morgens in der Bäckerei sieht? Der Mann, der Brot und Brötchen backt und die Hochzeitstorten dekoriert? Ja, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Aber früher, da habe ich die besten Tarte und Torten der Stadt gemacht. Egal, ob salzig oder süß, der Teig, den ich gemacht habe, war immer perfekt. Das klingt spannend. Aber Sie backen doch sicher auch gern. Ja, natürlich. Welchen Kuchen können Sie am besten backen? Marmorkuchen. Toll! Marmorkuchen ist der Kuchen, den ich schon als Kind gern gegessen habe. Ich auch. Haben Sie Lust auf ein Dessert? Suchen Sie etwas aus. Bringen Sie uns bitte noch zwei Stückchen Zitronenkuchen. Und zwei Gläser von dem Champagner, den Sie mir gestern empfohlen haben. Sack! Warum denn nicht? Schönen Sie mir? Ja, es ist so schön. Ich bin jetzt ein Dessert. Ja, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020